Brauchst du unten Kanzlerei machen Moment, ich muss gerade erstmal So, warte, Zepp, aua Weiß ich nicht Nochmal ein paar Treppen holen Ich hab noch welche? Ja, 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 ich brauche ja Ich hab noch 70 Stück Da hinten seid ein Hühnerreihen, ne? Ach, ich kann das ja noch gar nicht machen Ja, stimmt Ja, ich kann das ja noch gar nicht machen Warum? Ja, weil Hier muss ja gut rein theoretisch, hier ist Wiese drin Also die Box könnte man dann schon dazu machen So, hier ist Wiese drin Da musst du einfach nur einmal Wiese reinkommen Dann reicht das Ach, ich kann die hintere doch schon benutzen Guck mal Guck mal einer an Hier ist nämlich schon Wiese drin Dann kann man nämlich schon Ja, das behindert ist nur Also das mit den Pistons Wolltest du jetzt ganz lassen, oder was? Ja, dann lass mal das behindert Hast schon recht Aua Okay, was mach mal jetzt, Zepp Ja, das ist ja noch nicht fertig da oben, ne? Da muss ja noch irgendwie was hin Guck mal, was ist denn hier? Wolltest du jetzt hier auch noch diese Dinger dran machen irgendwie? Ey, warte mal, wie machen wir die überhaupt zu? Womit? Mit einfach nur mit Türen? Äh... Türen? Ja, wie denn sonst? Äh, wo ist denn der Craft nicht? Keine Ahnung Ne, das muss auf jeden Fall eine Doppeltür sein, sonst kriegst du die Viecher da kaum durch Naja Das ist mir schon klar, dass da Doppeltüren sein müssen Ja, ich weiß nicht, ob du da Holzding annehmen soll oder Eisen Oder Eisen, oder so, Bina, da musst du da wieder Knöpfe dran machen Und so, dann ist das voll kacke, ey Ich würde Holz nehmen Passt auch besser, finde ich, zu so einem Ding Warte, wie machst du das jetzt, Zepp? Einfach... Mach das einfach zu hier oben auch Einfach so, so... Flach zu machen Jo Okay Ähm, müssen wir nur gucken, dass wir da drinnen Irgendwie nochmal so ein... Kleines Feld oben lassen Für Glas So, damit dann noch... Für Glas, ja genau Ja, Türen Aber guck mal, sollen wir das hier nicht auch noch machen? Hier so, hier drinnen Ist echt sonst voll komisch Hier, wo die Treppen, äh... Dran sind Von drinnen Ach, da nochmal ausfüllen, oder was? Du meinst jetzt hier, diese Badewanne sozusagen nochmal Ja, ja, genau Die nochmal ausfüllen Hast du noch Holz? Ja, ne? Ja, gut Oh, scheiße Warte mal, ich hab grad irgendwie das Gefühl, da fehlt noch was Ja Ja, haha Oh, so Alter Wieviel lassen wir denn dann da Platz? Keine Ahnung Für Glas? Ja Das musst du machen So Ich mach das schon So So Oh Ahaha So noch eins, zwei, drei, vier Türen wollen, ne? Na gut, das ist ja eigentlich... Was, warte mal... Ah ne, hier ist das direkt ganz dran, ne? Das ist aber gar nicht schlecht, finde ich so So Nur so wenig Da musst du ja wenigstens einen Abstand dann haben, so von der Wand aus Das ist gar nicht so schlecht geworden Ach, scheiße Äh... Also Oh, scheiße, Tüte, ich hab kein Holz mehr Ich hab noch Äh... Ich brauch nur normal... Tüte, mach mal, ich mach unten gerade überall Blöcke weg Mach mal da noch Warte mal Normales Holz noch hin Hallo? Ich hab fünf normales Holz noch Aber das reicht nicht, dann muss ich noch mal eben nach Hause Hier Ach, hier? Ah, ne, okay, oder ich mach das Ja Kann... Ah, ne Kommt ja eh eigentlich von dir das Holz, ne? Ne? Ja Ja, ich hab auch... Also normales Holz hab ich eigentlich auch genug Wie das jetzt aussah Noch nicht fertig Ich brauch noch, äh... paar Treppen Normale Treppen Ja, da war schon Style hier, finde ich, ne? Das sieht schon gar nicht so übel aus Guck mal, innen ist da auch schön eigentlich, oder? Aber da kann man ja auch noch ein bisschen was machen Mit den welchen Sachen, keine Ahnung Ah, super, dann ist das hier auch fertig Aber der Gang ist gut hier, dieser schmale Gang Der schmale Gang Der schmal... nicht der lange Gang, der schmale Gang Da ist schon eine Wiese drin, ey Ja, hier müssen wir länger warten Da fühlen sich die... die Tierschirmen bestimmt voll gut, so Alter, das Fenster da... ach Das Ding da hinten muss auf jeden Fall noch ein größer und sieht halt echt voll komisch aus Was für ein Ding? Alter, wo das Fenster ist Hier, oder was? Was machst du denn da überhaupt? Da kommt da Glas rein Ach so, was machst du? Da kommt einfach da Glas rein Ah, okay, okay, okay Jo Ja, das hat doch mal Style hier Hör mal, das ist doch mal stylisch Sepp sollte Innenarchitekt und Außenarchitekt werden Außenarchitekt? Weißt du, wie man das auch nennt? Architekt? Ja Aber du bist der Außenarchitekt Landschaftsbau, oder nicht? Landschaftsbau, genau Landschaftsbau Ich brauche noch ein helles Holz hier innen Also hinten brauchen wir nochmal drei hinterher Entschuldigung Also die Box hier, die ist noch nicht fertig Aber da kann ich trotzdem schon mal hier zu machen Weil hier kommen nicht mehr jetzt die Viecher rein Die Box ist fertig Fertig meine ich mit, da ist Wiese drin Wo bist du denn? Ach da Was brauchtest du denn? Normales denn? Hier muss ein helles Holz hin Ich hab nur genau einen Äh Nein! Hier muss noch Ist die einzige Box, die noch nicht fertig ist Hier muss noch, äh Hier muss noch Wiese rein gehen Ach, guck mal wer da kommt Och Gott, sind wir eigentlich behindert? Wieso? Hm, warte mal Ja Ja, wir sind behindert So? Kreis Gut, da ich da vorher nicht drauf gekommen bin Was denn? Ja Warte mal Ey, Zäune brauchen wir, ne? Für die Innendinger da, ne? Ach, Zäune? Anders machen So, man hat jetzt diese Innendinger So, man hat jetzt mit Glasscheiben oder Fenstern Äh, Fenstern wegmachen Ach so, ne, das kann man mit Zäune machen Weil ich mach mal im Aaaaaaah Ja, okay, dann machst du die Zäune Dann, äh, stelle ich mich jetzt gleich Guck mal erstmal, die letzte Box musste mit anfangen Sepp Weil da wollte ich jetzt schon, äh, äh Kühnchen rein tun Na ja, wollt ihr oben so ne Art Schornstein lassen, oder was? Das ist aber asymmetrisch, wenn da muss das hier noch Box ist fertig Mitchell, fertig Ja, das ist hier nur asymmetrisch Ja, das geht nicht, ja Wieso, wo ist das denn asymmetrisch? Hier, die beiden Blöcke müssen aber noch weg Hä? Die sind oben alle gleich Die sind, ja, die sind alle gleich Ja, oben, aber hier unten nicht Guck mal, wenn du hier drin stehst, dann ist das nicht symmetrisch hier drin Hä? Der Block hier Ja, ich weiß Das muss noch weg Das muss noch weg Ja, das geht aber nicht Wegen dem Dach Muss so Siehst du da nicht, das Dach von oben Hä? Das ist doch genau wie in den anderen Boxen Ja, das ist überall so Ja, warum, warum lassen wir das nicht so? Wieso habe ich denn jetzt nur einen Irgendjemand hat hier gerade noch das andere Weißt du, du hast das Dann bauen wir den einen Block da noch hin Mitchell, die zweite Box ist fertig Ja, auch gut, dann tue ich das Hähnchen schon da rein Auf geht's, Eierparty Guck, hier ist, hier ist fertig Brauchen wir kein, kein Gras mehr hier Was? Wie, wo, hä? Achso Ja, Sepp, guck mal, guck mal wie viel Wiese da drin ist Guck mal Da habe ich schon, habe ich schon gesehen Ja Weiß wie ich das gemacht hab? Ja Habe ich ja nicht umsonst, ne? Warum sind wir da nicht vorher drauf gekommen? So Ja, Mitchell Ne, Mitchell 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 Das ist schon ärgerlich, wenn man, wenn man sich über die Wiese aufregt Und im Lager eine Silk-Touch-Hacke liegen hat, ne? Ja Ja, Tüte, hier ist aber noch eine Tür weg Ja, die war noch gar nicht da Die hat der Mitchell noch gar nicht gemacht Ah, okay Die, äh, Viecher hier Bist du eigentlich behindert? Warte hin So, ja ich muss den Skelett, das Skelett mal kurz töten hier Kommt der einen fahren und schießt mich ab? Hallo Warte mal, Glas haben wir bestimmt noch im Gästehaus drin, ne? Kann gut sein, ja Raining man Gästehaus, ich komme mal mit In das geile Haus Nein, die greifen mich an Wir haben Scheiben hier drin Sollen wir Scheiben nehmen? Äh, Scheiben gehen noch nicht im Dach Ach, Dach Hier, ich habe Glas gefunden Ich kann das eben machen Ey, die Hünchen, die werden nass hier drinnen Wie viel Glas hast du? 63 Ich habe auch genug Ich habe auch noch 43 Ah, das reicht locker Äh, ich will das hier drinnen Aber noch verkleiden Warte mal, hast du noch Ey, Sepp, gib mir mal in den Stack Weißes Holz oder sowas Schmeiß mal eben runter Ja Ja Das sind aber nur 60 Das reicht nicht Ja Ganz viele kleine Chicken Das ist so Na gut, das passt Sauber Machen wir nirgendwo Glasscheiben rein, ne? Nö Nö Na sauber Fertig Doch eigentlich voll schnell, ne? Ja Ich baue grad hier oben noch die Decke noch Ich weiß nicht, ob wir noch einen runter bauen Nö Nö Wenn da noch so ein bisschen hier von dem Weißen ist Ist halt egal, passt also Ja, so ist, so ist gut Ja Oder was ist denn wenn wir da oben Treppen links, rechts machen? Fehlt noch ne Tür Hast du noch Treppen, Sepp? Weißen oder sowas? Ich hab mal welche Links, rechts, wenn man noch Treppen machst Rechts, da kannst du doch nur direkt einmal rum machen Ja, mein ich ja Ja, ne, weiß ich nicht Guck mal Weiß ich nicht Ja und dann machst du, oben machen wir die weißen Slabs noch rein Dann ist doch noch ne schöne Decke hier Im Flur, oder nicht? Ja Nur nicht mal, ich brauche auch mal Eichenholz Das ist voll behindert Ich weiß nicht, Sepp da einmal mit Eichenholz angefangen da Das ist Birkenholz Birken Biakke Oh, das hat bei mir aber Texturen Fails Bei mir ist die Decke jetzt komplett schwarz Pfff, das ist wieder dick Wer hat ja die kleine Mini-Weizenfarmen hingebaut? Das ist komplett schwarz bei mir die Decke Die ist nö Die ist von Tom Ist der F? Hat der Tom hier auch schon aufgezeigt auf der Map? Und hier ist ein Penis Ja? Ist hier Oh Loll Das ist hier nichts Achso, da bin ich im Wasser Da ist sogar noch ne Kiste und sowas drinnen glaube ich Es steht doch irgendwo so ein kleines Haus oder nicht von dem? Ja ja... Das Loch weiter da hinten im Wald Ich hab das noch gar nicht gemacht, aber ich hab das Geräusch aber schon mal vorgemacht. Ihr euch gleich nicht erschrecken. Ja, hier ist echt so ein Lager, so Eisen drin, Schienen, immer reich. Ja genau, Kohle, wie so ein Gestörter. Er hat noch 21 Gold im Ofen. Ich hab mir mal die Erfahrungspunkte gegönnt, ne? Hör mal, da zeig ich's im Turm. Ich bin Level 31, Mann, ich muss mir da was verzaubern. Huch. Bin er, tu mehr, komm mal mit. Ich komm! Ich komm! Was sagt eigentlich die Tick-Tack? Ähm, eine Viertelstunde noch. Ja, wir sind das im letzten... Ging aber echt schneller jetzt hier als gedacht mit dem Haus, ne? Ja. Gibt's hier noch irgendwas, ob man da... Nee, eigentlich nicht. Ja, warum ist die Decke jetzt schwarz? Ja, ist bei mir auch schwarz. Ja, ist bei mir auch schwarz. Na, Lichtbank. Ich muss da gucken, ob ich den auch hab, weil ich hatte dann mich eigentlich grad ausgestellt und dann war das irgendwie nicht mehr, glaub ich. War das nicht Connected Textures oder so? Nee, bei mir war das mit den Colors. Custom Colors? Ja. Boah, da muss ich mal eben gucken. Oh, wo ist das denn nochmal drinne? Äh, ich glaub das ist bei... Custom Fonts, Swamp Connection, äh... Äh, Quality ist das. Ja doch, war ich ja drinne. Ne, war ich nicht drinne. Custom Fonts. Doch, war ich wohl drinne. Custom Colors hab ich off. Oh nein, bin halt der Creeper, aber jetzt muss ich hier schwimmen, ey. Muss das an oder aus? Aus. Nein, das hat bei mir nix gemacht. Das ist doch genauso wie vorher. Ja, scharf oder was? Äh, bietet ja riesen Spaß. Äh, mit welchem Holz willst du das verbinden? Mit normalem Holz, ne? Äh, Dschungelholz. Oh. Okay. Hab ich aber noch. Hab ich noch genug. Hat auf Tasche? Äh, nein. Muss ich holen. Ja, dann hol ich. Ja, oder was für. Boah, Alter. Brauch ich so ne Bauschlampe, die mein Lager im...